Freut euch! Freut euch in den Herren. Also ihr seht, das ist total einfach, weil so werden das Kreis ja gespielt. Zeit anheizen oder zurückdrehen muss nicht sein. Manches ist zu schnell, zu langsam vergangen. Gern mal schauen, den einen oder anderen bei den Stein. Und dann insgesamt für alles danken. Freut euch in den Herren, alle fliegen, aber nein, sagen ich, freut euch. Eure Güte, das Grundsein allen Menschen, wie der Äste als freier Leute. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen. Lasst eure Bitten im Gebet und Sehen. Mit Danksagen vor Gott kommt Werden. Freut euch! Freut euch in den Herren. Viele Dinge häufig und ich auch anders bin. So ist doch, als wir uns begegnet sind, noch in meinem Sinn. Überfahrung bleibt das, was Wesen hat, das, was wir im Herrn geschafft. Wir schauen, was Gnade Gottes mit uns aus uns für sich gemacht. So ist doch, als wir uns begegnet sind, noch in meinem Sinn. Freut euch! Freut euch! Freut euch um nichts, sondern in allen Dingen. Als eure Bitten im Gebet und Sehen. Mit Danksagen vor Gott und Werden. Freut euch! Freut euch in den Herren. Freut euch in den Herren, alle fliegen, aber nein, sagen ich, freut euch. Freut euch in den Herren, alle fliegen, aber nein, sagen ich, freut euch in den Herren. Ich weiß, beate immer. Verreut euch in den Herren. Ichmondo nach, warum Pratsch an? Beaten wir nach. Die Viel-Jahre mit Gnade. Ich wurden nach. Dann gehen wir nach. Vielen Dank.